Ich lerne Deutsch. Nummer 2490 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Sitzung beginnt in Kürze. Es fehlen nur noch zwei Teilnehmer. Die Sitzung beginnt in Kürze. Vielen Dank für die kurzfristige Terminvereinbarung. Ich werde pünktlich eintreffen. Der rechte Arm des Teddybären ist bandagiert. Der rechte Arm des Teddybären ist bandagiert. Der rechte Arm des Teddybären ist bandagiert. Warum hörst du mir nicht zu? Ich will es nicht und ich werde es nicht tun. Warum hörst du mir nicht zu? Ich will es nicht und ich werde es nicht tun. Ich trage den Rasierschaum immer zuerst auf die linke Gesichtshälfte auf. Ich trage den Rasierschaum immer zuerst auf die linke Gesichtshälfte auf. Mein Ziel ist es, Patienten dabei zu helfen, dass es ihnen besser geht und sie schneller aus dem Krankenhaus kommen. Die Geschichte klingt gut. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Die Geschichte klingt gut. Kannst du mir mehr darüber erzählen? In der ersten Yogastunde geht es darum, sich mit der neuen Situation, dem Yoga und dem eigenen Körper vertraut zu machen. An der Uni habe ich die Fächer Psychologie, Soziologie und Mathematik gewählt. An der Uni habe ich die Fächer Psychologie, Soziologie und Mathematik gewählt. An der Uni habe ich die Fächer Psychologie, Soziologie und Mathematik gewählt. Manche Tabletten werden in großen Packungen gekauft und dann in kleine Dosen abgefüllt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich sollte nicht zu viele Süßigkeiten essen, aber oft kann ich nicht widerstehen. Ich sollte nicht zu viele Süßigkeiten essen, aber oft kann ich nicht widerstehen. Trinkst du jeden Tag genug Wasser? Mein heutiger Obstsalat besteht aus Ananas, Kiwi, roten Trauben und verschiedenen Beeren. Mein heutiger Obstsalat besteht aus Ananas, Kiwi, roten Trauben und verschiedenen Beeren. Ich würde mir auf keinen Fall etwas unter die Haut spritzen lassen. Ich würde mir auf keinen Fall etwas unter die Haut spritzen lassen. Ich würde mir auf keinen Fall etwas unter die Haut spritzen lassen. Ich habe mir eine besondere Überraschung für meinen Mann ausgedacht und hoffe, dass er es mag. Ich habe mir eine besondere Überraschung für meinen Mann ausgedacht und hoffe, dass er es mag. In den Arbeitspausen chatte ich mit meinen Freunden und bespreche private Dinge. Hula-Hoop ist wieder in Mode. Man sieht immer mehr Menschen damit. Gute Nachrichten Das Restaurant hat eine große Außenterrasse. Man kann die ganze Stadt sehen. Das Restaurant hat eine große Außenterrasse. Man kann die ganze Stadt sehen. Erwachsene bestehen zu etwa 50 bis 65 Prozent aus Wasser. Der Körper eines Babys enthält sogar 70 bis über 80 Prozent Wasser. Die Plätzchen müssen jetzt für wenigstens 30 Minuten in den Backofen. Die Plätzchen müssen jetzt für wenigstens 30 Minuten in den Backofen. Die Plätzchen müssen jetzt für wenigstens 30 Minuten in den Backofen. Du hast sehr gut gearbeitet. Mit diesen Ergebnissen habe ich so schnell nicht gerechnet. Du hast sehr gut gearbeitet. Mit diesen Ergebnissen habe ich so schnell nicht gerechnet. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Du hast sehr gut gearbeitet. Vielen Dank.